So, da bin ich noch mal in einer ganz kurzen Runde, denn es ist schon sehr sehr spät und ich habe jetzt gerade ein bisschen geschnitten und gemacht und getan, deswegen, ich bleib erstmal, also jetzt fahren die nicht lange, vielleicht in jetzigen Tagen, das sieht ja lustig aus, ehrlich, zwei Roboter Paarungs bereit, gut, Map. Wir haben ja wieder eine Mission, hier, da, dann, wo wollen wir hin starten, hier, am besten jetzt, harter Untergrund, ohne Brücke, ohne Wasser, mal gucken, ob das möglich ist, oder nicht, ja, wir müssen jetzt noch ein paar Dinger hier besorgen, für den, dann ist der auch glücklich, Bresten haben wir, wie es aussieht bei Ruhe, da haben wir keine weitere Mission, ähm, der verbleibt jetzt in Sanctuary und, ja, da kann er meinetwegen verraten, bis er alt ist, ich bin jetzt der General, mir ist der Schnuppe, ich bin der Morse, ich war übrigens heute bei Aldi, ich habe, ich habe ja hier, ähm, meinen Neidfaden ausgedruckt, nachdem ich hier kein Kopierladen gefunden habe, ähm, aber der, der, die Werbedruckerei, die schneidet das zumindest zu, ich kann das also, die über 100 Seiten morgen hinbringen, die schneiden das ganz gemütlich zu, und ich kann dann einfach, ja, ja, und ich laminiert das dann, die, äh, das Laminierzeug hat ja, war ja nicht so teuer gewesen, äh, 2,99 Euro für 80 Folien, das ist ein geiler Preis, ich bin am überlegen, ob ich mich mal welche Ruhe bei Aldi, die Tage, so, ähm, da, so, hier, hier, ja, komm, ich will dich hier, ähm, ja, der ist ein bisschen robust da, aber, integrierte Vorbehörden, ah, wie bei Fallout New Vegas, wo das, wo dann Gehörn drin war, bei den Ärzten, da, das ist wahrscheinlich die erweiterte Version schon, Fallout New Vegas findet ja vor der Zeit statt, vor hier Fallout 4, ich glaube, das war so hundert Jahre nach dem Fallout, und das ist ja jetzt hier, wollen wir, hey, ja, man, hier, Ada, ein leicht verbeulter, aber voll einsatzfähiger Radarpeilsender, hervorragend, mit etwas Glück hilft er uns, das Signal des Mecklenes zu orten, ja, wollen wir, wollen wir, äh, Signal verfolgen, wie genau bringt dieser Peilsender, jeder Peilsender eines Robo, wenn wir hier doch, sollte meine Theorie, keine Sorge, das hoffe ich doch sehr, ich starte meine, in der Zwischenzeit, ja, gute Arbeit, hey, danke, falls meine Berechnung, oh, das ist nicht, das Robo-Hirn befindet, ja, so weit geschafft, hey, ich bin nicht so, das verstehe ich, meine alte Karawane ist Ihnen begegnet, die Rostam, sie durchkennen, mir ist egal, wo die sind, ich kriege alle platt, ähm, ist das weit weg? Ja, ich würde da schon hinreisen, ähm, also weit würde ich jetzt nicht laufen, deswegen reise ich mal da hin, ja, ich mache jetzt nicht lange, es ist ja schon 22.20, ja, ich weiß noch, manche ist das noch früh am Abend, aber ich bin jetzt Vater, ich bin alt, ich bin nicht mehr Single, wenn ich Single wäre, wäre es was anderes, ähm, achso, ich schieße die ganze Zeit gegen die anderen, da oben, Dankeschön, ähm, nochmal, weiter, komme ich jetzt nicht so schnell hoch, gut, dann lädst du hier, hm, wenn ich da nicht so schnell hochkomme, dann, mach ich das eben so, ok, ich auch, ich habe damit kein Problem, ach, da bist du, ich komme mal kurz hoch, ich besuche euch mal, ich will euch mal kennenlernen hier, ok, ich zeig dir der Rechner, ähm, Sicherheitstürsteuerung, Tür öffnen, ah, das sieht ja nett aus, ich wollte gerade helfen, ähm, ich muss ja unten rein, ok, dann gehen wir mal, aber wie kommt denn der Roboter unten rein, gute, gute Frage, nächste Frage, weil, was sollen wir sich festhalten, ja, die Kamera habe ich ausgemacht, damit ihr, damit ihr das alte müde Gesicht nicht sehen müsst, ich bin jetzt nicht so fertig gemacht, obwohl ich war es vorhin auch nicht, es sah trotzdem scheiße aus, für Dokumente bei Diener 5, ok, 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 hier, kommt man erstmal nicht raus, ok, 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 auch da bist du ja, es sind alle Feinden hier, ja, ich weiß, oh Gott, kann aber aufhören, so gebückt vor mir zu stehen, ich stehe nicht so auf die Typen, ja, ich auch, wenn es nach dem Spiel geht, wenn ich ihn längst, lebenslänglich, lebenslänglich, und hätte ich die Spritze bekommen, aber, ich, ja, ich kann mich gut behren, alle, die mir von mir wollen, ich will das nicht mehr tun, die Leben nicht mehr. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Das Schloss kriege ich nicht auf. Hm. Okay. Geschafft. Ja, ich freu mich auch, wa? Ja, tödliche, gewalte Schirm, wa? Das schaffe ich nicht zu hacken. Hm. Ich bin dein Vater. I lalalalalalove you, ooh. I lalalalalalove you, yes I do. Ja. Ja.